Hallihallo und herzlich willkommen zurück meine lieben leute zurück zu Astral Chain mit mir Marius und natürlich euch den Zuschauern. So wir sind hier auf dem Weg zu Kapitel, naja wir sind schon mittendrin noch bei Kapitel B. Oh guck mal. Aber wir müssen, oh kann er mich mitnehmen? Kann er mich umnieten? Komm hau mich um. Nein ich schieb mich nur weg. Schade. Aber auf jeden fall wir müssen in unserem Hafturlaub müssen wir zum highway, genau. Na ich schätze schon. Mehr kann ich nicht machen. Ich mach nur dich stolz, Schätzchen. Guck mal nochmal wieder an. Ich danke fürs Einschalten. Und die zukünftigen werden auch wieder was kürzer. Weil, also wieder. So. Weil sehr viele machen halt so ab 20, ab 20 Minuten machen wir auch so Pause. Vielleicht brauchen wir nur 20 Minuten folgen deswegen. Guck mal, ne. So den Dreh. Falt heute. Wie ihr wollt, dass es länger geht. Dann kommentiert doch bitte und sagt mir. Dann mach ich doch wieder länger. Also so wie vorher. Oder vielleicht sogar noch länger. wenn ihr noch länger wollt. Aber nur wenn ihr noch wollt. Und da ist dieses komische Ei. Du besardo. Jaaa. Wie macht das so? Du. Du. Puh. Das war's schon. wir machen uns den weg frei ist er fast wie man erst mal einfach mal drei alkohol i restarting los geht's heute erst mal eine truhe da weiß ich warum wir die ein medizinchen oder auf 2 oja leser ja 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 ich bin aus weg erstmal auf sammeln zerriste kappel kaputte brille kaputte brillen gesprungen mit helmchen lord helmchen von space ball taschen die plätze kann ich eigentlich auf die schließen so tatsächlich der macht das schaden nimm das du brauchen du aber das ist doch die erste variante von die schnau die wir gemacht haben als von diesen auch cool danke oh gott so nah wie gefällt denn den aufwand schüsse ins gesichter noch mehr gerne ja gerade war noch fest da ist noch noch mal ein bisschen wird sauber na woche offizier denn leute warten noch vorne auf sich diesen bereich kann es mir lassen ja gut wenn du sagst aber war hier noch was nein da hinten brauchen wir uns ein schwert typisch ja gut wie geht es ihnen und wo ist jana ja schön na einmal hin na einmal hin natürlich weil die treten immer super ist ja damit foto nein kein foto schieße okay erliche polizeipopo okay auf damit die lokale polizei kann ich jetzt runter schießen nicht direkt nein ok hallo ok dann halt nicht mal 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 cool direkt daneben so her damit nein abschlusskette und abschlusskette kommt auch wieder voll hallo da habe ich dich schon ja hatte ich schon machen wir eine kette draus aber ok dann würde es einfach mal denken kleines dingens die schießen wir schön in den rücken und dann schön mit dem rücken und waffe also jetzt schade wollte noch mal richtig schön ein rein drücken auch schon wie ich jetzt gelernt hatte das werde ich perfekt ausweich kann ich muss ich nicht nur schlagen drücken ich kann auch was anderes drücken ja ja der war ein bisschen stylisch ganz bisschen stylisch war der kann er nämlich auch dann den synchro an den synchro button drücken dann geht es ja auch ab es bloß fängt ja direkt gut an obwohl ich einige tage lang wieder nicht gespielt habe ich nehme schon voraus hallo na schön mit dem fass zusammen und neun aber was ja würde ich sagen aber nicht so da hinten habe ich das gesehen eckige brille b ok nehmen wir halt noch eine brille mit na hat haben wir denn hier ein paar material codes die sind wieder hier alles auf vergasen was soll das sehen ok warten 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 und dann gleich mit tisch sprung drüber ok noch einmal einfach laufen da haben wir noch einen fall der passt schon hallo wie soll steht der daten holen ja so einfach meiner hat die ganze zeit drauf geschossen noch extra ok also habe ich nichts mehr noch einmal ach das habt ihr alle drei verdichtet das nur ja wahrscheinlich weil ich einen gewissen typ angegriffen habe währenddessen auszusehen auszusehen du bist bergwürdig bergwürdig lüftet up like a scrap of paper power in such a small frame i'd love to see their giant black wing leader ja mein grün haariger bruder das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt so haben wir noch mal was feines so leiter unter um sicher zu gehen hier benutzen wir benutzen da so verwende schreiber ja da müssen wir noch so präzisions übungen machen ne so quatsch da unten schnell auto rettung andere auto rettung ist gar nicht so schlecht so mein bestie na da lang ja wir sind fast da ja ich muss da glaube ich einmal warum ach so ich hab nur zeit alles klar dann habt ihr keine relevanz für mich okay das war ein mutiger sprung aber anscheinend hä ist das der richtige weg nein du bist mir eigentlich egal mein typ noch dahinten ramba ich kann die brücke nicht runterlassen ah ich weiß nicht was ich tun soll ach so ja das kannst du nicht greifen das zweite oder oder muss ich hier durch nein ausdrück alles falsche aber ich hatte es mir egal höchsten ellen retten da komm schon benutzen okay du bist halt so ein spacken sein gut ja komm ja ich würde gern was machen aber ja was soll ich machen so her holen das war knapp meine fresse sparbetrieb ja toll ich wusste erstmal nicht wie ich da hinkommen sollte es war voll falsch weg gelaufen und alles was soll jetzt können wir uns noch mal an hier gucken hier ich habe auch noch aus Versehen fucking item benutzt warum ich denn auf einmal jetzt den schaden bekommen von 100 sag bloß das von oben das hat mich noch getroffen ach guck mal ach guck mal nein das ist der nicht wo ist denn der knopf knollkopf irgendwo muss doch der taubding davon sein irgendwo aber irgendwie sehe ich hier nichts was auch immer der richtige weg so mein arm freund ganz schön weit nach rechts geholt obwohl das nicht mein da ich war unten drauf ich war da unten drauf aber fuck nie nein ich möchte nicht na ich dödel falscher knopf gedrückt und das war den maxi medizin das ich geschluckt habe geile sache wie gesagt wenn man einmal ein paar tage nicht gespielt hat ja aber viel spaß ja genau ich muss mich jetzt von oben da fallen lassen wollte mich veralbern hat ja gerade schon so toll geklappt würde ich gerne untersuche das auto portal und lass mich doch rein dann muss ich das mit schwert tippe machen dann muss ich das mit schwert tippe machen dann muss ich das mit schwert tippe machen und welche komische klopse hier ja das nehmen wir ja 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 und ja fangen das ja ach schon so jetzt noch mal hat er nur langsam gemacht mal ein kleines bisschen heulen und jetzt noch mal vollgas jawohl so möchte ich das sehen okay auch wenn ich gerade auch gesagt gekriegt habe hallo na wer bist du denn achten sniper doch schön hier geblieben ja ach so warum ist denn meine kamera dem verfolgt okay in der luft kann ich noch weiter ballern schön so verfolge ihn wohl sagt muss andere nein du solltest du schon war der mega schuss immer vom herrn noch einmal hat ist immer neben mega nervig die fischer noch einmal jetzt aber schöne luft jetzt haben wir noch einen neuen bitte sag mal cheese so noch einmal wenn wir können ach so hat er ja richtig interessiert und so und einmal okay das war alles das war nur dein geschlag einmal voll karacho ach zu früh da muss ein kleiner besser so jetzt aha so kann man aber sich auf den boden schmeißen heute noch mal heute noch mal so jetzt schön in den hintern aber noch mal hier mit dem hammer typen so jetzt immer deine hp her mein guter auch wenn man irgendwie nix gesehen habt dankeschön mit dem kasten drin aua cool danke nochmal 200 schaden doch gehalten habe ich wollte mich noch nicht unbedingt erkundigen hier drum dankeschön aber er ist bloß erhoben ich mal wieder hier ab ja ok da darf ich jetzt irgendwie 13.000 mal versuchen zu landen bis ich das eine kleine dingelchen gekriegt habe ja wie soll man darauf landen das ist ja mal der scherz des tages ja genau ich war ja nicht auf einmal auf der plattform und hatte von unten geslidet coole sache was für ein schwachsinn nein ich war drauf alles so für dieses dinge das wird besser das wäre es besser wert warum auch immer man so vollen nach links leidet wenn man das aufnimmt eine holo maske im katzen design tolle sache das ist bestimmt gelohnt nicht runterfallen ach so egal warum auch immer man durch den freien platz dadurch fliege ich dich auch wir haben ja eh das zeug dass ich eh nach dem einsatz abgebe na gut glaube es noch unter einsatz ja gut aber ich würde sagen wir haben es in 26 minuten aber ja gehabt schon sagen dass du angebende zeit also würde ich sagen wir machen hier eine pause ich hoffe es hat gefallen ich hoffe ich hatte wieder beim nächsten mal einwitz wieder heißt aber da ist dieses drecks auf wird wieder heißt es wird schämen mit mir dem meeres und natürlich euch den zuschauen also denn liebe leute falls euch genossen falls euch genossen hat falls euch gefallen hat dann sollte die unbedingt abonnieren und auch beim nächsten mal dabei sein vielen dank fürs zuschauen und wir sind es beim nächsten mal hoffe ich also bis dahin haut rein liebe leute ciao